Okay, ja. Einen Online-Marktplatz aufzubauen. Ne, warte. Doch, ist richtig. Seit letztem Jahr waren wir auf vielen Messen und Veranstaltungen für nachhaltigen Konsum, für faire Käsefüße. Das macht nur normal. Das muss auf jeden Fall normal sein. In den vergangenen Monaten haben wir wichtige Pressekontakte geknüpft. Seit der Gründung unserer Genossenschaft im Dezember 2012 ... Ey, sorry. Okay, nochmal. Willst du mit uns gehen? 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 Vielen Dank.